Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Chris und heute bauen wir eine Munitionskiste. Als kleines Dankeschön für 1000 Abonnenten auf diesem Kanal. Vielen Dank dafür, für alle Abonnenten, alle meine Zuschauer. Das hier wird ein kleines Dankeschön an einen von euch. Also, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Ja, das ist für mich schon eine große Sache. Wir haben 1000 Abonnenten zusammenbekommen. 1000 Leute schauen sich gerne meine Sachen an. Das finde ich super. Und als kleines Dankeschön habe ich heute mir überlegt, baue ich diese Kiste, einen Nachbau einer Munitionskiste, mit einem ganz speziellen Inhalt. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich würde das gerne als ein Giveaway hier auf dem Kanal machen. Ein kleines Geschenk, um das sich alle, die es interessiert, bewerben können. Indem sie ein, zwei Sachen machen und damit in den Lostopf kommen. Aber, da habe ich leider nicht zu Ende gedacht. Es gibt so gewisse Regularien hier auf YouTube. Und dazu gehört unter anderem, dass gesetzlich geregelte Dinge, wie Alkohol, das ist jetzt jetzt, nein, das ist Schaumstoff, das ist kein Alkohol, dass man das nicht einfach so hier auf YouTube im Rahmen eines Gewinnspiels verschenken oder verlosen darf. Deshalb machen wir es ein bisschen anders. Ich zeige euch einfach heute nur, wie ich diese Kiste baue. Und ja, Achtung, da ist jetzt auch schon was drin. Kleiner Einblick. Mehr gibt es nicht. Wer jetzt an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchte und wissen möchte, was man dazu tun muss, muss auf YouTube, also nicht auf YouTube, hier ist das Gewinnspiel nicht, ich zeige euch nur, wie ich das Ding baue. Das Gewinnspiel dazu findet auf Instagram oder Facebook statt. Auf beiden Seiten findet ihr meinen Account, das verlinke ich euch hier in den Ecken. Dort seht ihr das Thumbnail zu diesem Video, also das Logo, was ihr eben gesehen habt, das Bild zu diesem Video. Und darunter findet ihr die Beschreibung der Bedingungen, was ihr machen müsst, um diese Kiste hier zu gewinnen und auch was genau alles drin steckt. Also ich freue, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und natürlich, wenn ihr noch mehr solche coole Sachen sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert vor allen Dingen. Und wenn ihr neue Ideen habt, was ich hier noch cooles machen könnte, solltet ihr es am besten unten drunter schreiben. Und ich würde sagen, wenn ihr noch mehr Giveaways sehen wollt, ich würde sagen, weiß ich nicht, bei 2000, bei 5000, bei 10.000, wo soll man das nächste Gewinnspiel machen? Also, immer schön fleißig abonnieren und los geht's mit dem eigentlichen Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Das werde ich natürlich hier nicht verlinken. Das ist auf YouTube leider nicht erlaubt. Auf Facebook und Instagram muss ich nochmal nachgucken. Aber ich denke, da werdet ihr das Originale von dem hier mit Inhalt schon irgendwo verlinkt finden. Ihr müsst nur ein bisschen suchen. Ja, dieses Geschenkistchen hat dieses Geschenkistchen hat jetzt, ich schätze mal einen Wert von ungefähr 80 bis 90 Euro. Der Materialwert ist natürlich nicht ganz so hoch. Der Materialwert ist natürlich nicht ganz so hoch, aber da steckt ja auch ein paar Stunden Arbeit drin. Also wer das gerne haben möchte. Also wer das gerne haben möchte, schaut nochmal auf Facebook oder Instagram auf meinen Kanälen rein. Und unter dem Thumbnail, dem Titelbild zu diesem Video, findet ihr die Beschreibung, was ihr machen müsst, um teilzunehmen. Und das Gewinnspiel wird zwei Wochen andauern. Das heißt, der Donnerstag vor dem Video in zwei Wochen bis Mitternacht könnt ihr teilnehmen, der Inke ich. Ich werde im Laufe des Vormittags dann in zwei Wochen an dem Freitag den Gewinner auslosen und dann hier auf YouTube, Instagram und auf Facebook bekannt geben. Also, wenn ihr dabei sein wollt, schaut es euch an, seid dabei, viel Spaß. So, Leute, das war das 1000 Abonnenten Special mit meiner Moditionskiste. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Ausbau der Wohnkabine. Da geht es mit den Hängeschränken weiter. Möbel aus XPS, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die anderen Videos dazu an. Da gibt es jetzt die Fortsetzung. Das hier könnt ihr, wie gesagt, auf deinen anderen Social Media Kanälen gewinnen. Jackie Daniels Social Media Kanäle, Facebook, YouTube, Instagram, die haben alle nichts damit zu tun. Das ist meine Verlosung. Ich verschenke hier selbstgekaufte Sachen als Dankeschön an euch. Wenn ihr dann mitmachen wollt, könnt ihr das alles auschecken und mitmachen. Das nächste Highlight, das nächste Special mit Verlosung gibt es spätestens bei 10.000 Abonnenten. Vielleicht auch früher, wenn es einen Grund zum Feiern gibt. Also, wenn euch das gefällt, wenn ihr das haben wollt, checkt die ganzen Links aus. Ich habe unten alles verlinkt. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.